Willkommen zurück zu diesem neuen wundervollen Video. Warum auch immer ist genau in dieser Anmut mein Mikrofon ausgegangen. Keine Ahnung wieso, doch so oder so werden wir heute ein paar neue Tuning-Parts an die R7 anbauen. Beziehungsweise alte Dinge zurückbauen. Dafür habe ich die erforderlichen Teile schon zu einer Freundin gebracht, wo ich jetzt hinfahren werde. Und da werden wir sie dann anbauen. Was gemacht wird, wie es aussieht und wie zufrieden ich damit bin, werdet ihr in dem jetzigen Video sehen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Let's go rein in das Unbekannte. Da bin ich. Halli, hallo, 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 oh, 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 halli, hallo, hallöchen. Wie lange war ich nicht mehr hier? Raya ist gerade unterwegs mit ihrer Mama, deswegen ist Raya gerade nicht hier, das ist so wuffig. Aber Raya werden wir später treffen. Wunderbar, wenn es Raya geht und es geht. Kannst du ruhig essen. Vorsicht, ich habe Helm auf. Gut. Ist irgendwas in der Garage drin? Ja. Ach, scheiße. Ich weiß nur noch nicht, wie wir die anbauen. Ich habe die dabei, aber ich weiß nicht, wie die Schrauben das... Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich die Schrauben habe. Ich glaube, nee, der Staubsauger ist zu dick. Ich weiß auch nicht, was Charlies Papa hier macht. Der zieht mir alles ein bisschen. Der baut eine Bombe, glaube ich. Das ist die einzige Garage, die ich kenne, wo ich einfach schrauben kann, ohne dass ich Miete bezahlen muss. Ich habe es jetzt gerade eigentlich schon geleakt oder habe ich es gepiept? Ich habe es wahrscheinlich gepiept, aber wir machen das hier heute ab. Und dafür kommen hier wieder Dinger ran, die vorher nicht dran waren. Damit ich aber was anderes Cooles machen kann. Aber das werdet ihr erst in Zukunft erfahren. Wenn ich die Schrauben nicht habe, müssen wir uns eine andere kreative Lösung einfallen lassen. Oder ich muss irgendwo noch welche kaufen fahren. Die sind ja auch nicht... Oh, nein. Die sind, glaube ich, auch nicht am Motorrad. Oh, ich habe doch zwei rechte Hände. Linke Hände. Glaubst du, wir haben alles? Ja, ich will. Oh Gott, ich bin jetzt schon überfordert. Maßlos. Oh je, das wird nichts. Das wird schon wieder eine Katastrophe. Wir können doch sowas nicht. Ich habe doch zwei linke Furt. Ich kann doch sowas nicht so schrauben. Wir sehen uns gleich hier auf der großen Kamera wieder. Wir fangen zuerst mit der Handyhalterung an und gucken mal oder versuchen mal unser Glück. Hallo, Raja. Ist gut. Ich habe dich so vermisst. Ich habe dich so vermisst. Ach du Kacke. Ich versuche mal. Oh. Ja. Ja, okay. Soll ich schrauben? Ja. Wie soll denn das... Ja, aber das geht doch... Wie soll ich... Das geht doch ja nicht hier. Oh oh. Oh oh. Alles gut. Warte mal. Macht man das nicht mit einem Drehmomentschlüssel? Theoretisch schon. Wenn du einen Drehmomentschlüssel hast, dann wäre der... Ja, ich habe einen. Hä? Bist du doof? Wer geht her? Oh, genau den brauchen wir. Jetzt geht es richtig los hier. Die haben einen Aufsatz. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Ja. Hey, ja was redest du? Ja, na siehst du. Lose. Ja, ja. Warte mal so. Ey, warum... Ich sag, ey, wer bei sowas jugeln muss, das ist mir... Das ist mir ein Rätsel. Guck mal hier. Warte, das kannst du mit der Hand einfach. Zack. Also, wir haben das raus. Und jetzt muss das hier erstmal da rauf, soweit ich weiß. Ich fühle mich gerade wirklich wie so ein Tuner, ne? Sehe ich auch aus wie einer, sagst du? Ne, der Helmut jetzt. Ohne wer glaube, würde ich mir denken, boah, der hat Ahnung. Echt jetzt? Okay, Finale. Ja! Ey, hier sehen wir direkt. Und es sieht... Es sieht gut aus. Ja. Ja. Ja, find ich geil. Sag ich ehrlich. Ist ein Upgrade. Ja. Ist wirklich ein Upgrade. Ja. Wir machen jetzt, wo Projekt 1 zu Ende ist, will ich jetzt meine Sozi-Rasten eigentlich ganz gern anbauen. Problem, ich hab für die Sozi-Rasten die Schrauben nicht. Und wir wissen noch nicht, ob die Schrauben da drin stecken oder ob ich einfach die nicht hab. Wenn ich die nicht hab, haben wir ein Problem. Jetzt rein in der Theorie, Charlie. Ja. Sagen wir, wir schrauben jetzt den Sitz ab und ich hab die Schrauben nicht für die Sozi-Rasten. Dann suchen wir alle Boxen hier durch und suchen noch Schrauben, die passen. Alter, du bist... Wow. Die Frage ist nicht, ob man den Weg schafft oder nicht, sondern... Sondern wie! Ja! Ja! Es gibt nämlich kein Aufgeben! So, pass auf, Charlie, jetzt Magie. Ich zeig dir jetzt Magic. 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 Ja, und jetzt kracht so ein Pfeif zeitgewaltig, wa? Ich glaub, du hast dich mal. Du wirst keine passenden Schrauben finden. Peter, wenn du wüsstet, was ich ja alle zwei Schrauben habe. Weil das Problem ist, du brauchst Schrauben, die sind erst lang ohne Gewinde und dann Gewinde. Erst lang ohne Gewinde und dann Gewinde. Glaub ich. Mann, das mag mich jetzt schon wieder richtig deprimieren, ne? Warum? Na, weil mich das einfach stört, wenn das nicht so klappt, wie ich will. Nur weil ich die Schrauben nicht hab, aber ich hab auch, ich hab zu Hause wirklich geguckt, eigentlich nicht bei sowas... Sag mal, ob die Dicke hier passt. Ich hebe bei sowas immer alles auf, aber hier passt es einfach nicht. Ne. Wenn ich mich da rauf stelle, fliegt die Sozi-Raste ab. Ja, ist das nicht richtig. Und ich sterbe. Ey, ich hab übel diesen Trend im Kopf von TikTok, den neuen, mit... Take my picture. Den kann ich nicht. Doch, mit den Nägeln? Nicht? Ne. Ne, aber selbst wenn, das steht ja dann unten ab, Charlie. So ein Fusch machen wir nicht. Ja, okay, da musst du zur Aumbach fahren. Oh, Fick. Kannst du mal deinen Sozius jetzt bei dir kurz abmachen, bitte? Das geht nicht. Ich flipp aus. Ruhig. Peter! Ich hab's nicht mehr. Ich hab's. Dit hier. Dit ist nicht richtig so. Können wir kurz mal bei dir gucken. Aber ich hab von der Abdeckung auch keinen so einen Zwischenschutz mehr. Ich kann das nicht mehr. Das ist doch... Das ist doch nicht wahr. Vorsicht. Ja. Das kracht und pfeift gewaltig. Ich hab weder das Teil, noch das Teil. Also, uns ist grad aufgefallen, dass das Teil, was ich hier hab, eigentlich braucht man so ein Silberness. So ein komplett Silberness. Das hab ich aber nicht. Das hab ich auch zu Hause nicht. Ich weiß, was ich zu Hause hab und das hab ich nicht zu Hause. Das ist jetzt alles Arsch gerade. Gut, dann wird das mit dem Sozius jetzt noch nichts. Erst mal. Das macht mir jetzt richtig traurig gerade. Oh, Pödi. Du gebrochener Mann jetzt gerade. Aber naja, gehört dazu, wahr? Tuning at the finest. Das hier in die Äußerung. Die ist wundervoll geworden. Sieht bombastisch aus. Dafür haben wir alles andere nicht geschafft. Ich würd sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich mich auf dem Weg zu Nestla mache, um nach den Schrauben nachzufragen. Bis gleich. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Werkstatt. Fini ist nicht, da der ist leider krank. Wir haben ein Problem. Wir haben ja diese Gabelmutter hier rauf gedreht, die ganz neue, also die komplett neu war. Die hätte man mit einem Drehmomentschlüssel festziehen müssen, eigentlich. Wir haben ja aber komplett verkackt und komplett verpeilt. Muss auch geschehen heißt, die ist jetzt nur mit der Hand gerade festgedreht. Und wir sind gerade Buggelpüsse gefahren. Und ich hab halt sofort gemerkt, wie der komplette Lenker angefangen hat zu wackeln und zu vibrieren, weil das hier halt lose ist. Digga, das merkst du auch beim Fahren sehr krass. Jetzt muss ich erst mal bei Nestla nachfragen, ob die ganz kurz vielleicht einen Drehmomentschlüssel für mich haben. Ich geh tatsächlich nicht davon aus, weil die haben auch schlussig, das ist gutes Wetter. Die werden zu tun haben. Hallo Maik. Oh, sorry. Ui. Ui. Eine R1. Die neue. Boah. Total verrückt. Ja, ich guck mal, ich frag mal nach, ob ich die Schrauben bestellen kann oder ob ich die kriege und was wir mit der Mutter machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, NSP. Und hier, Leute. Schön. So, ich bin jetzt schon auf dem Weg zurück. Es ist was passiert bei Nestla. Ihr glaubt es mir nicht. Leider lief die Kamera nicht, warum auch immer. Ich hab die Gabelmutter festschrauben können, also richtig festschrauben können. Problem war, ich saß hier auf dem Motorrad und hab den Ständer hochgemacht, weil das Motorrad stand auf einer Schräge, okay? Und dann ist mir einfach mein Motorrad umgekippt. Das erste Mal, ich zeig's euch jetzt gleich, ich halte da kurz an und zeig euch das einmal. Es ist zum Glück nicht viel passiert. Es war auch, also ich dachte, es steht auf dem Seitenständer noch, ich hab ihn aber scheinbar vorher eingeklappt. Und dann bin ich abgestiegen und plötzlich kommt das Motorrad mir entgegen und ich denk so, warte, warte, warte. Es stand auch locker so, es stand, glaub ich, eine Sekunde ohne Ständer, komplett ohne. Und danach ist es zu mir gekippt einfach, plötzlich. Also, weil der Ständer halt nicht draußen war. Und dann hat's so, warte, hä? Hä, wie geht denn das? Dann hab ich's noch minimal aufgefangen und dann ist es mir entgegengekommen und ich hab's abgelegt. Und es sind zwei, drei kleine Sachen kaputt gegangen, paar kleine Kratzer, bisschen scheiße gelaufen, aber gehört halt dazu. Kracht und pfeift. Ja, sonst, die Gabelmutter hab ich festschrauben können und wir sehen uns im Laufe des Lieds jetzt gleich nochmal wieder, weil am Freitag kommen die Teile, die ich bestellen musste für den Soziussitz, damit man das wieder festbauen kann. Die kommen jetzt am Freitag, die Teile, die musste ich neu bestellen lassen, weil ich hab's, ich schwöre, ich hab's hier aber auch nicht, also ich hab's hier auch nie bekommen, keine Ahnung, wo die sind. Auf jeden Fall ist sie mir, ich bin abgestiegen, der Ständer war halt drin und dann ist sie mir hier entgegengekommen, ich hab sie doch gefangen und dann abgelegt und dann lag sie quer auf dem Boden vor Nestler, zum Glück, hat's aber niemand mitbekommen, ich weiß nicht, wie das sein kann, niemand hat's mitbekommen. Ich so, oh nein, hab ich gesagt. Ja, jetzt ist hier, abgeschliffen, abgeschliffen, dann, und das hier tut am meisten weh am Motor, Digga, ist hier so ein bisschen, aber so ganz minimal, nur trotzdem scheiße, ist halt abgeschliffen. Hier am Ständer ist abgeschliffen und das hier, das hier hat am meisten abgefangen und am Heck ist legit nichts. Nichts am Kennzeichnerhalter, das hier war vorher schon und hier ist nichts passiert, ich weiß nicht, wie das sein kann, aber dafür sieht's auch gut aus. Spiegel ist ein bisschen, aber Spiegel ist eh für den Arsch, Digga, ich brauch eh neue Spiegel, der hier ist auch kaputt. Die Maschine hat jetzt 35.000 Kilometer rund und sie hat Gebrauchsspuren des Grauens. Also mit des Grauens, wenn ich wirklich Kratzer, Kennzeichenhalter seht ihr, ist voll im Arsch, hier hinten klebt irgendwas, das müsste ich mal abmachen, Digga. Dann hier, die ganzen Sachen müssten neu gepulvert werden, das ist auch einfach abgegangen, halt Gebrauchsspuren, normale Gebrauchsspuren, gehört alles dazu, aber ist halt jetzt nicht so mein Stil, eigentlich mag ich's am liebsten, wenn alles perfekt ist. Hier, hier ist der Zicke ab, total zum Kotzen, aber gehört dazu, ist das erste Mal nach 35.000 Kilometern, dass sie mir umgekippt ist, weil ich saß wirklich drauf, der Ständer war drin, ich saß drauf, ich steig ab, sie steht gerade, ich denk so, super, und plötzlich kippt sie mir gegen, ich sag so, was passiert jetzt? Dann war sie hier so, da ist sie so an meinen Schienenbein geknallt, da hab ich sie noch aufgegefangen, mein Schienenbein tut auch total weh, und dann hab ich sie ganz sanft abgelegt. Ich hab bei Grüße an Quadlock auch eine Kooperation angefragt, kam keine Antwort, Kuss, Quadlock, liebes Quadlock-Team, falls ihr das seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich Freitag wieder, wenn ich die Teil abhole und sie anbaue. Bis gleich! Wir befinden uns jetzt schon anderthalb Wochen später, denn zwischen den Aufnahmen, die ihr jetzt gesehen habt, ist ein Projekt entstanden, was ihr nächste Woche auf diesem Kanal sehen werdet. Jeden Mittwoch und Freitag wird da ein Video bei mir kommen, das seht ihr aber alles nächste Woche. So oder so bin ich jetzt gerade auf dem Weg zur Werkstatt, weil ich in der Werkstatt jetzt meine Sachen abhole, in der Hoffnung, die sind jetzt da. Ja, letztes Mal, ich war jetzt schon einmal da, und da waren sie noch nicht da. Ja, deswegen jetzt anderthalb Wochen später, sie müssten jetzt auch hoffentlich da sein. Und dann baue ich danach zu Hause alleine schnell die Soziusrasten an und den Sozius sitzt. Das seht ihr dann vielleicht am Ende des Videos. Wir müssen aber mal gucken, ob das klappt. Ja, jetzt machen wir uns erstmal auf dem Weg zur Werkstatt. Finny, der Werkstattmeister, müsste wieder da sein. Und werden mal fragen, ob die Teile da sind. Hallo Finny! Na? Alles gut bei dir? Schön, dich wiederzusehen. Zweieinhalb, drei Wochen. Kommt die Maschine dann? Echt jetzt? Oh, Digga, alleine davor zu stehen muss so geil sein, glaube ich. Möchte mal schon den Auspuff zeigen? Den hast du schon hier? Finny hat sich ein neues Motorrad gekauft, ein ganz besonderes. Das werdet ihr dann sehen, wenn es ankommt. Boah, darf ich mal anfassen? Alter, SD-Project ist aber auch geil einfach, ne? Von der Verarbeitungsqualität auch, Digga. Allein hier, dieser, allein das hier, das ist so angelaufen. Das ist so geil. Da, Alter, das ist so sexy, Digga. Und es wird auch an der Maschine richtig krass aussehen, weil die ja auch so viel Carbon hat. Ja, das wird richtig geil aussehen. Was denn? Steht hier ein R1? Ach, aber die Neue steht hier, oder? 20 haben wir denn, die Neues gebraucht. Ja. Ach, echt? Das ist gebraucht? Achso, krass. Oh, nein, 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 nein. Das will ich gar nicht sehen. Das will ich gar nicht sehen. 08. Digga. 13.000 Kilometer runter, aber so M-Verscheid. Oh, mein Gott. Wie viel kostet die? 17.000, okay. Zu geil, ja. Ich kann mir noch keine... Ich muss erst mal die R7 abwarten. Wenn die R7 vorbei ist, wenn ich das Geld habe, dann kann ich mir eine kaufen. Vorher wird es eng. Oh, Digga, die ist so sexy. Ich schwöre es dir. Das ist das schönste Motorrad, was es gibt, finde ich. Willst du dich draufsetzen? Nein, ich will mich nicht draufsetzen. Hör auf damit. Ja, die ist einfach wunderschön. Die ist einfach wirklich ein Monster, ist das, Digga. Aber kann ich mir nicht leisten, so doll ich wollen würde. Jetzt gerade kracht. Boah, mit den Carbon-Parts ist es schon echt geil, Alter. Boah. Auch die Lichter alleine. Irgendwann habe ich so eine. Irgendwann habe ich so eine. Nee, kann ich mir jetzt nicht weiter angucken, finde ich. Ich gehe jetzt hier weg. Das ist... Ja. Das ist... Alles, was ich will, ist das. Dafür... Ich habe damals, Digga, als ich 12 war angefangen zu arbeiten, wegen diesem Motorrad bin ich angefangen, Zeitung und Austragung zu gehen. Weil ich dieses Bike gesehen habe und gesagt habe, irgendwann will ich so eine haben. Ich setze mal meinen Helm ab, finde ich. Ich muss jetzt erst mal fragen, hier wegen meinen Teilen und so. Ich bin jetzt raus und ich habe tatsächlich die Schraube bekommen. Das Problem ist, wir haben verkackt. Wir haben nur eine Schraube gestellt, statt vier, die ich brauche. Und das Teil für den Sozius, jetzt habe ich auch. Und jetzt hat Fini mir noch auf Süß so ein paar Extraschrauben mitgegeben. In der Hoffnung, die halten einfach. Wenn nicht, soll ich Samstagmorgen nochmal herkommen. Und dann haben wir die anderen Schrauben auch da. Ich gucke jetzt mal, ob ich es angebaut kriege. Falls ja, sehen wir uns gleich wieder. Falls nicht, wird das Video hier dramatisch enden, weil ich das Video am Sonntag uploade. Und dann schaffe ich es nicht mehr, das euch zu zeigen, falls Samstag erst die Schrauben da sind. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe oder nicht. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Boi.